hallo und herzlich willkommen zurück bei diablo reaper of souls ich wollte gerade sagen nur das schatten aber irgendwie wäre das ein bisschen falsch gewesen hier aber nur ein bisschen so wir stehen hier wird ist es jetzt die ruhestätte des kriegers oder die krypter des uralten einfach mal rein hier so gab es auch hier solche skelette und untote was wollen wir ja der linie die zeit von der klinik und solche liebe bälle geflogen der tipp ja das ist geil dass wir jetzt diesen sprint mache dass da auch was im östlichen königreich kägistan habe ich gerüchte über krieger der zucker ruhm gehört die kreuzritter genannt werden die einwohner waren diesbezüglich sehr verschwiegen doch ich konnte kombinieren dass dieser orden vor 200 jahren gegründet wurde zur zeit als rakis seine paladin armee nach westen führte doch diese kreuzritter reisten gehen osten und hatten eine ganz andere mission ich aktiviere mal das buch so sicher dass wir die fallen überwinden könnten die urahnen für grabräuber aufgestellt hatten aber die leichen meiner freunde zeugen davon wie töricht unsere arroganz war ich werde auch bald sterben unsere gier war unser untergang tja so ist das nicht unser pech oder das ist richtig wir sind rausgekommen ich kann mir nicht vorstellen dass diese so etwas gelettet als gegner hat wir haben jetzt einfach mal kontinuiert was sie gesagt so jetzt haben wir die ruhestecke des kriegers ist dann nur ich sage dass unser volk die bevorstehende schlacht überleben kann aber ich habe die wahrheit in seinen augen ablesen können warum hat er mir auch getragen das fanal der ehre zu bewachen diese schnürfenden ungeheuer klatschen dort oben meine leute ich kann recht tun um es zu verhindern wieso jetzt nachdem ausgesprochen hat wir haben verheißt in diesen kugeln stehen macht schaden und wenn die explodieren und drinsteht das weiß ja gut das wollen wir nicht mit wir haben ja zum glück genug tränke so ist es ja nun mal nicht der hat einiges aus der infektus aber es ist ja auch eine herausforderung darstellen schon wieder so eine präkantine so haben wir alles haben wir alles so eine schneise der verwüstung nur weil ich mal einen sprint knapp einsatz so wir sind ein gutes zu wir sind ja mehr an ja 5 hat mittlerweile durch leer tim und tom sind ja auch noch dazu heißt das 5 hat ne erbestimmt nicht ich hätte einfach Quartett sagen sollen und einfach leer rauslassen sollen die gehört nicht zur Crew die gehört nicht zur Crew nein warst du es eilig? so w Tut ov bleibt sie die host Jahr besitiel ist ist echt Gastfreundschaft nicht zu schätzen letzte Folge was letzte Folge in die Truhe einfach mal reingegriffen hast bei der Frau hier der lebt uns ein und du unterbrichst einfach mal ein und besiegt die Wächter im Inneren ja auch wenn sie meine Brüder sind werden sie euch dennoch nach dem Leben wir haben aussprechen lassen mit Unterbrechung vielleicht ist sie jetzt zu kalt ich warte immer noch aber es war mündlich uralter Champion aber auch ich stür ich habe ich ich habe es nicht gelesen ich habe es mitbekommen Mensch erhöht den von hungriger Pfeil erzeugten Hass also wenn ich einen hungrigen Pfeil abschieße bekomme ich Hass bekommst du standardmäßig aber dadurch kommt sie noch mehr steht überall da steht überall da erzeugt Hass naja ist natürlich ziemlich geil ich guck mal kurz wie ich guck mal wie ich damit klarkomme soll man jetzt hier noch Gefährte euer Rabe verursacht bei seinem nächsten Angriff zusätzlichen Schaden Gefährte ist halt nicht schlecht nur ausrichtig sehe ich bei Tim und Tom aber da stehen zwar nicht so als Angriffsziel so wie es Tim und Tom machen aber trotzdem eine tödliche Falle die nach der Aktivierung beim Kontakt ausgelöst war ach ne ja darauf stehe ich eigentlich nicht ich bin auch nicht so der Fall Mensch naja oh 61 aber trotzdem kommt nicht wirklich viel das haben wir hier noch naja 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 also wie jetzt mit erzählt mir von diesem Gasthaus also der fliegt jetzt bei mir mit genau cool eure Stärke kann sich mit der unserer stärksten Mit nem Raben. Macht in ihr. Aber das spielt keine Rolle. Deine Mutter wird schon bald dein Schicksal teilen, meine Kleine. Das Bruchstück gehört mir. Tränkt diesen Tempel mit ihrem Blut. Sind schon tot. Was meint er sie damit? Meine Mutter wird mein Schicksal teilen. Könnte meine Mutter nach all diesen Jahren am Leben sein? Sie versucht euch abzulenken. Hört nicht auf sie. Dieser Kampf war zu leicht. Der Weltenstein wurde verändert. Unsere Kinder kommen schwach zur Welt und erreichen kein hohes Alter. Die Dämonen Nereza versprach, ihre Macht wiederherzustellen. Doch hat sie sie stattdessen in missgestaltete Geschöpfe verwandelt und sie gegen uns in den Krieg geschickt. Vielleicht sterben die, aber nicht bevor wir sie zurück in die brennenden Höllen geschickt haben. Was wartest du denn? Achso. Tschüss. Gespeichert. Ähm. Na super. Lederköcher. Magda hat uns im überfluteten Tempel gefunden. Jetzt sucht sie nach dem dritten Stück. Ich erinnere mich an ein Leuchten, das auf ein Fischerdorf zuraste. Das muss Wortham sein. Ah, brillant, liebe Lea. Lasst euch vom Fehrmann übersetzen. Ah, brillant, Lea. Das ist ganz hell. Das ist einzige Fischerdorf bei uns in der Nähe. Ja, ich kann den Gesichtsausdruck verstehen. Ich habe ein paar brandneue Waren, die dich vielleicht interessieren. Du brauchst gar nicht zu reden. Wir kommen eh zu dir. Der labert noch irgendwie und denkt, dass er uns noch irgendwie hinlocken muss. Pustekuchen. Kuchen. Willst du jetzt Kuchen haben? Also ich möchte anmerken, dass es bei uns gerade 4.54 Uhr ist. Möchtest du trotzdem Kuchen haben? Du hast Pizza hinter dir. Wir haben uns vorher noch ein bisschen gestärkt. Ein bisschen was übrig geblieben. Also wenn du willst, kannst du dann in der Pause, wenn die Folge vorbei ist, Pizza essen. Ich halte dich nicht davon ab. Ich mich auch nicht. Das ist gut. Kann ich mir irgendwas kaufen? Also ich kann schon, aber muss ich? Also irgendwas. Das ist eigentlich gar nicht mehr so dumm. Aber nee. Nee. Muss schon überall grün sein. Menschö, Menschö. Oh, Mittelerde, Mordor, Schatten, Download, Fortgesetz. Was? Also manchmal macht meine PS4 Sachen. Da denke ich mir auch... So, jetzt sieht er noch besser aus. Du bist echt um sein Aussehen besorgt, wa? Ich hab mal mitgezogen. Bürgermeister. Wir haben noch nicht niemand gesprochen. Ich hab nachgedacht. Inwiefern. Mit keinem Dorfbewohner mal. Wir rennen immer an denen vorbei. Okay. Der Fährmann ist bestimmt ein Dorfbewohner. Ich muss das Wasser überqueren. Nach Wirtham. Ich werde euch übersetzen. Aber seht euch vor. Aus dem Dorf steigt Rauch auf. Oh. Das ist mal neu. Also weißt du... So lichter nur wie das hier brennt. Dann steigt aus der Ferne nicht nur Rauch auf. Sie zerstören die Stadt. Fliegt so lange ihr noch könnt. Das ist ein einziges Lager voll. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaub, da steigt Rauch auf. Der Weg von mir ist klar. Level ab. Ja, sehr schön. Gleiches bin ich ohne Verheimdurung, aber aktuell nicht mehr ein Lied. Ich bin ohne Verhandlung, aber aktuell nicht mehr ein Lied. Verhandlung ist ohne Verhandlung. Okay. Du weißt, worauf du wartest. Ich brauche mehr Zeit. Zeit ist gelb und will kann man nicht. 335 Euro Frasenschwein. Das ist Priesters Betrachtung in Teil 1. Einer der Männer hat ein seltsames Artefakt aus seinen Netzen geholt. Es sah aus wie das Heft einer uralten Klinge. Aber ich weiß, dass es mehr sein muss. Helft mir. Meine Familie versteckt sich mit dem Rest der Dorfbewohner in der Kapelle. Wir müssen zu ihnen. Lauft nicht weg. Er braucht Hilfe und ich schieße es nicht. Das würde euren Tod bedeuten. Narren! Ihr könnt mir das Schwert nicht vorenthalten. Das ist gar nicht gut. Meine Dealer werden diese Stadt in Schutt und Asche legen. Ja, das ist eine Fertigkeit. Die halten sich an der Stelle fest und in diesem Zeitraum lernen die sich dort festhalten. Machen die einfach mal Schaden. Okay. Und Vorsicht wird ja ihre Waffen leuchten und die zuhören, so wie da für die Rinden. Also einer ist schon mal so 20, 30, 30, 70 gerade. Oh, einen lädt dir das mal Akt. Edelsteine. Edelsteine können in Rüstungen und Waffen mit Sockeln eingesetzt werden, um diesen neuen Eigenschaften und sowas zu verpassen. Edelsteine können auch sehr wunderschön glänzen. Sie können sie zum Beispiel in Diadem verarbeiten. Oder sie können sie auch einfach packen und gucken, wie oft sie es schaffen, dass der Edelsteine auf dem Wasser aufdeckt. Das stand da bestimmt. Ja, willst du ja wissen haben. Das ist maragdisch, nutzen ähnlich. Was bringt mir der... Wenn in der Waffe plus 10 Gründer Trefferschaden, Kopfschluss 5% mehr Gold und sonstiges plus 6 Geschick. Wirklich? Geschicklichkeit? Sag ich nicht nein. Nein. Bist du freundlich? Wie baue ich den jetzt ein? Aktuell hat keiner deiner... ...gegenstände einen Sockel. Meine... Genau, ich habe das Wort gesucht. Aktuell hat keiner einen Sockel, der steht dann wirklich explizit da, wenn wir einen Sockel haben. Okay, geht klar. Rieser. Ich suche das Heft eines Schwertes, das vom Himmel gefallen ist. Es leuchtet mit mächtiger Magie. Wir haben es vor Tagen gefunden. Ich wünschte, wir hätten es niemals hergebracht. Kommt mit. Ich habe Virgil zurückgelassen, um es zu bewachen. Wir sind froh, es loszuwerden. Ich habe es gerade eh zu spät. Ich gehe zurück nach Tristram, um zu sehen, wie es Onkel Deckard geht. Weiß ich, jetzt haben wir es fast geschafft. Und da geht die. Es ist nicht hier. Während du hier den Helden gespielt hast, habe ich alle drei Schwerteile und deine Freunde in meine Gewalt gebracht. Bist du Stress, Olle? Ich muss zurück zu Cain's Hall. Lass sie doch mal ausreden. Ja, es ist jetzt untergegangen. Wir gehen jetzt zurück zu Cain's Hall. Ja, dann habe ich es kurz weggedrückt und dann hat er noch... ...gesagt. Oh Mann. Oh, da sind wir. Hinein. Es liegt an dir, Cain. Nutze deine horadrischen Künste, um das Schwert zu reparieren, oder Leia wird einen schrecklichen Tod sterben. Oh, all dieser Schmerz, all diese Zerstörung, was... was wollt ihr überhaupt mit dem Schwert? Ich will damit gar nichts. Meinem Meister Belial jedoch bedeutet es alles. Onkel! Ja! 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 Deine Wut ist überwältigend, Mädchen. Diese Runde habt ihr gewonnen. Aber wenn ich das Schwert nicht haben kann... Ja! Nehme ich mir einfach den, an den es gebunden ist. Am Ende wird die Klinge doch mir gehören. Onkel... ...du darfst nicht sterben. Das kann niemand mehr verhindern. Aber es gibt noch eine Sache, die ich zu tun habe. Das Schwert muss wieder zusammengefügt werden. Ah, ganz wie ich vermutet habe, das Schwert stammt aus den hohen Himmeln. Der Fremde ist ein Engel. Achtet auf das Tagebuch. Die Wahrheit befindet sich darin. Herr Deckard! Und wir stehen die ganze Zeit nur Tatenlust daneben. Wahrscheinlich noch mit offenem Mund. Und sind jetzt rausgegangen. Ach, Lea ist auch schon wieder draußen. Dann reden wir mal mit ihr, wa? Ja. Wenn ich diese Macht nur kontrollieren könnte, hätte ich ihn retten können. Ihr seid nicht schuld. Magda ist die, die für Keynes Tod zahlen muss. Magda! Und Belial, ihr Meister. Das Tagebuch spricht von einem Engel, der aus den Himmeln stirbt, während der Schatten sich aus dem Abgrund erhebt. Der Fremde ist der Schlüssel zu all dem. Wer er wirklich ist, spielt jetzt keine Rolle. Ich werde ihn finden und ihm sein Schwert bringen. Als meine Macht mich überkam, konnte ich kurz Magdas Gedanken lesen. Sie ist in das Hochland geflüchtet. Ihr könnt es durch die Höhlen nördlich von Wolfheim erreichen. Ihr solltet euch darüber im Klaren sein, dass sie euch erwarten wird. Ich werde ihre Fallen überleben. Die Geister haben es mir gesagt. Betretet die Höhen von Araneas oberhalb von Wolfheim. Jetzt müssen wir nach Wolfheim wieder zurück, wa? Warte mal, warte mal, warte mal. Ähm, bevor wir das machen... Ja, komm, wir enden mit der Folge. Alles klar. Wir sind schon wieder über 20 Minuten. Ich glaube, hier ist ein gutes Ende. Dann bedanke ich mich mal wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann bis zum nächsten Mal bei... Diablo 3 Reaper of Souls. Und dann bis zum nächsten Mal.